Hey, was geht ab Leute? Team Bubblet hier. Wir werden heute ein paar Karten reden aus dem übernächsten Set. Break of Shadows, da wurden ein paar Karten angekündigt und jetzt wird das Set ein bisschen gehypt. 3 Karten wie Trap Fricks Rafflesia, Infinity Dragon und Aclan from Horse Prince. Wir fangen mit Trap Fricks Rafflesia an. Das ist ein Exit, Level 4. Erde, 300 Afrikar, 2 von Step. Kann man mit 2 Level 4er Monster beschwören, also recht simpel. Genau, kann man im Grunde in jedem 4er Deck spielen. Ja, sagst du mal was zu erzählen über die Effekte? Also, solange der Materialien hat, bleiben die Trap Fricks Monster ungerührt von Fallen Effekten. Und können nicht durch Kampf und Karten Effekte zustimmen. Und es ist ein permanenter Effekt, kann man also nicht gegieren. Also schon, also wird es nicht. Dann haben wir noch, können nicht gezielt werden, die Trap Fricks Monster. Das ist auch ein permanenter Effekt. Dann haben wir einen sehr interessanten Effekt. Dieser Quick Effekt. Wenn der Gegner irgendwas beschwört und wenn du dann diese normale Fallenkarte im Deck hast, fährst du einfach auf dem Speed to fliegen, fährst du als Postel eine von dem, dann aktivierst du ihn, die sozusagen zusammen mit dem Weg kommen. Also du meinst, das ist so, dass man einfach die Fallenkarte im Grunde aus dem Deck aktivieren kann, indem man sie auf dem Speed to fliegt und eine Karte fährst. Zum Beispiel Buttonless Trap Hole, White Trap Hole, Trap Fricks Nightmare Hole, oder wie er heißt, Time Space Trap Hole. Das gute Seite, wenn man mehrere Pfeile drin hat, kann man variabel darauf reagieren auf den Weg nach. Genau, genau. Und wenn man mehrere holt, kannst du PTA, also je nachdem was. Das macht die Karte sehr, sehr spielstark. Willst du mir was sagen, Chong? Wie findest du die Karte? Ja, ich kann jetzt so ein bisschen... An sich, äh, das macht sie echt sehr gut. Einzige negativ vielleicht ist, dass sie ein bisschen Defensiv gespielt werden musste, weil sie einen 301 auf Angriff hat. Defensiv hat sie 2,5. Das ist schon echt krass. Über 2,5 kommt man in der ersten Runde nicht drüber, normalerweise. Ist sehr schwer, ja. Also man kann sie auch, ähm, also Trap Fricks wird auf jeden Fall wieder sehr spielstark sein. Ja, aber das ist ja nicht nur Trap Fricks. Ja, ja, aber, ja, durch die ganzen Links noch. Ähm, ich denke mal, ähm, ich denke mal, ähm, die werden wir auf jeden Fall in vielen Vierer Exit-Stacks sehen. Also die Vierer, die Vierer sind eh die stärksten Exit, äh, überhaupt. Jetzt kriegen sie doch mal zusätzlich noch eine, sagen wir mal eine defensivere Karte. Ja, bei Karten aus dem Deck zu aktivieren. Also, ähm, vor allem Karten aus dem Deck zu aktivieren, ist einfach ein krasser Effekt, finde ich. Ja, das Bombe, du kannst nichts drauf reagieren. Eigentlich, ähm, die Karte ist wirklich top. Schauen wir mal, was bis zum übernächsten Set passiert. Ne? In... Januar. Januar, das ist es. Im Januar? Ja. Also, ist eh bald. Schauen wir mal was bis dahin passiert, weil da kommen noch ein paar andere Karten raus. Auf jeden Fall, die Karte echt top. Richtig geil. Ich würde sie definitiv, äh, anholen. Machen wir weiter. Und zwar... Wo ist der? Hier. Für langersehnte, ähm, Karte für Meme, Atlanty Prince. Ist ein Level 1 Wassermonster. Äh, 800 Artikel, nur Death. Ähm, ja, sie hat einen krassen Effekt, würde ich sagen. Ja, die macht halt das Deck einfach wieder spielstark. Ähm, wie es auch jetzt im Ozi-Geraum ist. Ja, da spielen sie alle, Herr Mermel. Und, ja. Ist auch immer was. Der Effekt ist halt, man dringt ein Atlanty-Monster vom Deck auf die Frito fliegen. Und dann kann man sich ein Atlanty-Monster vom Deck auf die Arme bringen. Also, im Normalfall macht man immer sogar Plus 2. Das ist schon heftig. Und, ja, man kann auf die Frito fliegen, Mega suchen, die Kombos. Also, die Karte bringt auf jeden Fall Mermel wieder ins Meter. Das ist auf jeden Fall sicher. Also, ich kenne mich mit Mermel nicht so gut aus, aber... Man weiß ja, dass man zum Beispiel alle Monster, die man durch einen Monster- oder Wasser-Effekt, oder wie das heißt, ähm, in den Frito fliegt, werden aktiviert. Und die aktivieren sich halt, sprich, die machen dadurch jemand Plus. Mit dieser Karte gerät man mit ihrem eigenen Effekt eine Karte, plus noch die Karte, die in den Grave gelegt wird. Ja, also, mega, mega gut. Ja, die Karte, muss man ehrlich sagen. Was sagst du? Man sagt einfach so, was hat sich Konami dabei gedacht, diese Karte für uns rauszubringen. Ähm, im Normalfall, ähm, immer OTK, mit 2 Kartenkommos. Es gibt natürlich so ne Liste, von wie man die Kommos überhaupt macht. Steht alles im Internet, könnt ihr euch alles anschauen. Ähm, ansonsten, eine echt krasse Karte. Immer OTK eigentlich. Also, ihr kommt immer über 8-3 immer. Also, ich glaub, mit 8-3 kommt ihr immer nochmal drüber. So, das ist echt ne krasse Karte. Das hab ich nur kurz noch, äh, ich weiß nicht. Äh, Dipsy Diva kann auch diese Karte holen, oder? Ja, kann er. Ja, ist mega. Diva ist auf 1, oder? Ich glaub, er auf 1, ja. Aber in OC-Raum nicht auf 1, oder? Also, jetzt schon. Auf jeden Fall, mega, mega geil mit Diva. Ist er nur plus generiert eigentlich. Ähm, auch so. Bringt dein Deck wieder ins Meter. Ich denke mal, wenn sich jetzt im Meter nicht viel verändert, kann Mermel wieder kommen. Mit dieser Karte, mit diesem Set. Kann wieder auch Mermel mitmachen. Und ich denke, da werden sich viele, viele Mermel-Spieler freuen. Zum Beispiel der Leidende. Der Leidende. Der Leidende, ja. Der Leidende, den kennt mich auch. Ja. Der leidet richtig. Der leidet dann ein bisschen weniger. Oder mehr. Er wartet schon ewig lang auf diese Karte. Er selber meinte, glaube ich, dass diese Karte als ne Shonen Jump promo, beziehungsweise als Gewinnerkarte oder irgendwas kommen soll. Aber nein, sie kommt jetzt über den nächsten Set. Richtig geil. Richtig cool. Wir freuen uns. Und dann schauen wir mal, wie es da weitergeht. Wollen wir ja auch zu der letzten Karte, die wir vorstellen. Und zwar ist es auch eine langersehnte Karte. Der Cyber Dragon Infinity. Jetzt reden wir aber noch kurz über den Nova, weil er ist eigentlich die Karte, die ihn viel spielstärker macht. Weil man ihn einfach drauf legt. Das ist halt in dem Sinne mit dem Infinity eigentlich jetzt keine Karte, mit der man spielt, sondern einfach nur damit man sie hat, um ihn dann drauf zu legen. Er wird nur missbraucht. Genau. Er wird nur ausgenutzt. Er wird nur ausgenutzt. Also ihn zu holen, bräuchte man 2 Level 5 Maschine. Das ist eigentlich der einfachste Weg. Oder man geht den Weg um durch, wie heißt er, mit Potolomäus, der 4er. Sprich, man macht Potolomäus mit 2 Karten. Da in Endphase kommt die Hütte drunter. In den giftischen Zug kommt dann der, wenn er dann überlegen würde, würde er dann wieder im eigenen Zug in der Infinity drauf kommen. Oder man kann es auch anders machen, indem man jetzt eigentlich im Satellar ist es glaube ich einfacher auf 3 zu gehen gleich. Ja. Oder? Ich hoffe, wer da auch ganz einfach gewesen ist. Man spielt Vega, Altaïa, Dene. Dann geht man auf Wandelstern, Rettapil, Tormeus. Dann machen wir mal auf den Back, dann kommt man auf Nova. Und von Nova aus kommt man dann auch ganz leicht auf Infinity. Genau. Das wäre halt dann der schnellste Weg eigentlich. Der erste schnellste Zug. Weil die Satellar ist ja die. Ich meine, das ist halt die Frage, ob dann ein Nova eine Runde überlebt. Dass man dann wieder im eigenen Zug dann einen Infinity drauf legt. Noch dazu sind jetzt beide Karten gestiegen. Ja. Nachdem, äh, dann nachdem man wusste, dass jetzt Infinity rauskommt im übernächsten Set. Potolomäus ist gestiegen und Satellar wegen Nova ist ein bisschen gestiegen. Ja. Also, die Karten ranhören. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Monster. Der ist ein Level 6 Exit. Hat 2.1 Angriff, 1.6 Step. Eigentlich kann man ihn auch holen mit 3,6 Lichtmaschinenpücken. Also eigentlich gar nicht. Es geht halt nur, wie gesagt, über Nova. Ja. Der Fagis-Effekt sagt uns der Farsch. Der Fagis-Effekt sagt uns der Farsch. Und, du kannst ein offenes, äh, 19-Handrucks-Spielzug wählen. Dann wird es zum Material. Von dem halt, du kannst einfach einsaugen. Und jetzt kommt der heftigste Effekt. Ohne Kosten, also einfach nur so? Ja. Keine Kosten, sondern einfach, ich hol mir das Monster. Einmal pro Spielzug, wenn der Spielzug über beide Spieler, kannst du ein Material entfernen. Dann kannst du einfach einen Karteffekt negieren und zerstören. Also du bist schon heftig. Ja. Dann kannst du dich selbst beschützen, wenn er mal da ist. Die Karte ist wirklich sehr, sehr gut. Sie hat eigentlich im Normalfall, wenn diese Karte auf Nova gelegt wird, müsst du sie laden mit Angriff, ähm, dann müssen sie drei Karten an 600 mehr. Dann hat sie dann zwei Sieben im Normalfall. Ja, wenn, wenn die Karte kommt. Ja, ist du hier? Nein, sie bekommt 200 pro, pro Karte. Pro Material. Ja, zwei Sieben. Ja, zwei Sieben. Eigentlich im Normalfall. Ja, die Karte macht, äh, ich denke mal viele Decks spielstärker. Ähm, ich finde auch, dass diese Karte recht unverschämt ist. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr krasse Effekte. Ähm, ich denke, sie wird vielleicht das Meter wieder auch ein bisschen beändern. Äh, viele Karten kommen eigentlich leichter, äh, viele Decks kommen leichter auf diese Karte, denke ich. Ähm, schauen wir mal, wie, wie das alles so sein wird. Was meinst du? Also, ich bin auch gespannt, äh, wie die Zukunft jetzt fällt. Weil allein Horse Prince kommt raus. Ich bin nicht so gut raus, ähm, wie er schon gesagt hat, ähm, es wird echt ein neues Meter. Ich denke, auch mit neuen Zeitleiter anfangen. Die Bandliste könnte jetzt zwischendurch kommen. Weiß man auch nicht. Es wird aber kommen. Also, daher, äh, ich bin mal gespannt, was so weiter passiert. Genau. Wir sind gespannt auf das neue Set. Will mal liken, subscribe, kommentieren. Checkt unsere andere Videos ab. Und leidet nicht so viel. Aber wir sehen uns erstmal wieder auf. Vielen Dank.